Wunderbar! Wunderbar! Einfach nur toll wie ich das gemacht habe. Also ich bin schon echt stolz und so. So, wir haben kaum noch Dinge. Dann machen wir uns doch mal ein paar. Und los geht's zum... Einerseits mal runter. Ich hoffe, 32 Erde reichen jetzt erstmal. Und der ist schon wieder irgendwo ein gammeliger... Gib keine Ahnung. Zombie? Da ist er. Bremst du ab. Du Schädling. Schalten sie auf morgen wieder ein. So. Du bist mir doch verarschen. Ich bin kein. Nein. Du, du, du. Du, 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 du. Komm schon, lass mich da hoch... dankeschön haben wir noch einen secret eingang mal schauen wir schauen irgendwann mal hallo Herr Zombie der kommt dann schon mal wieder wenn er meint einmal brauchen wir rote Rosen ich glaube die waren da oben kurz vor sechs aber die bekommen voll jetzt ist es nur so was haben wir denn alles für Viecher muss man direkt mal nachschauen hier die haben wir da hinten alle irgendwann gesperrt dann geht es dadurch jetzt hier wieder runter oder war es nicht hier ich dachte es wäre hier gewesen dann war es wohl bei dem Berg schnurfe das wird nichts ja bei dem Berg war es so schauen wir doch mal schnell beiden Schafe sind noch da so nicht mein lieber mein lieber Herr Gesangsverein Spitzhacke hält doch noch ein bisschen sieht man mal was unbreaking alles ausmacht naja wird schon wieder nacht oder was dann müssen wir davor noch mal hoch so viel informationen ok da ist schon wieder nacht wird müssen wir davor noch mal hoch hinaus und am besten eine rote Rose mitbringen von irgendwo her ist scheißegal hauptsache wir nehmen eine rote Rose mit ohne diese Rose war sogar nicht wieder zu kommen ich kann es ein Schwein ein Konterbuntes Schwein da sind Rosen ganz viele so uah Gott leck mich am Arsch kleiner Schwanz ich würde hier nur Rosen ab abernten ja geht es mit dem Dingsen schneller oder geht es mit dem Schwert schneller ne eindeutig mit dem mit der Ost mit was macht man es auch sonst Kürbisse zauen das ist keine Fackel Vogel Woha Creeper invasion Don't explode Don't explode Macht mir der wieder so ein Loch rein hier So Jetzt reißt es den einfach Wow Fast So Und wieder raus Und wieder zurück Und dann schauen wir mal noch kurz zu unserem Ding ins dahinter Oh das ist schon wieder eine Spinne hinter mir Ups Die hat es geschafft Ein friedlicher einsamer Zombie Ein Creeper Der tun uns eh nix Fast nix So Noch ein bisschen Kohle eingesammelt Ups So Das dann noch Und nach Spitzacke werden wir wohl weiterkommen Vermute jetzt einfach mal so Ohne mich hier groß auszukennen Lässt du mich in Ruhe Dann lass ich dich auch in Ruhe Lässt du mich folglicherweise nicht in Ruhe Kannst du mir das von mir wohl nicht auch erwarten So Zack Ah fuck Machen wir hier mal 60 64 Zack Und die darüber Gut Da kommt eh keiner her Kohle lassen wir mal kurz weg Hier ist erstens Übers Über Überhaupt Äh Zerfix Was muss ich sagen Hier ist Erstmal über Viel Eisen Irgendwie so was Wollte ich sagen Eisen ist wesentlich wichtiger Eisen ist wesentlich wichtiger Eisen ist wesentlich wichtiger D mh 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 es gibt es da nicht was wird denn das jetzt verarsche mich und ich bin fertig mit dir dann bekommst du den Blick du bist du nicht gestorben und wir alle wissen der kann wirklich übel sein mh 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 es ist zu gehen noch was nicht mehr mh 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 Die Kohle lassen wir erstmal dran, brauchen wir jetzt nicht. Schauen wir mal, ist schon wieder Tag? Nein. Aber es wird vielleicht wieder Tag. Ups, nicht ganz gereicht. So schaust aus. Der hat mich auch gesehen. Dann sind wir noch ein bisschen Eisen. Ich muss jetzt erst wieder die wir kämpfen, aber was. Wow, 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 wow. Ein Bogen. Das war nur ein normaler Bogen. But I think I will take that with me, weil wir ja den nur für Dingsens brauchen. Für einen Schießstand. Wow. Ich hab mit dir zwölf schon gerendet. Wer hat sich da noch erinnern? Oops. Fail. Fail. Who's become the most epic? Last week. Was it the. Don't blah 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 cute. The blah 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 win. Or the blah 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 fail. And the epicst video ever of last week was. The blah 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 fail. Sorry about the two clips. But the blah 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 blah. Epic fail. No? Wer die Serie, sagen wir mal, erkannt hat, der hat sie erkannt. Subscribe.